Hund apathisch Diese Suchbegriffe werden Monat für Monat etwa 170 Mal bei Google eingegeben. Hund apathisch Wenn Ihr Hund apathisch ist, dann suchen Sie doch bitte Ihren Tierarzt auf oder fahren in die nächste Tierklinik. Denn was für Antworten erwarten Sie? Der Hund kann doch alles Mögliche an Gesundheitsproblemen haben. Überlegen Sie doch bitte, wenn Sie so ein Bild abgeben würden wie Ihr Hund jetzt, wenn Sie sich also so fühlen würden, apathisch, Sie mögen nichts essen, Sie mögen nicht Anteil nehmen am Leben, wären Sie dann nicht heilfroh, wenn sich ein Arzt um Sie kümmern würde oder Sie sogar in einer Klinik wären. Also bitte, nehmen Sie vorsichtig Ihren Hund und suchen Ihren Tierarzt oder die nächste Tierklinik auf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020